Was ist das? Ja, ja, der hat mich gesehen! Ja, aber ich kann aufstehen, Mann. Warte, warte. Das sind zwei Zombies, oder? Wie hat der mich eigentlich gesehen? Die sind halt ein bisschen zu groß für meinen Kopf, deshalb rutschen die mir immer über die Augen. Weil hier Herzschlag... Weil er auch da hinten ist! Hallo, mein Name ist Jeff. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Der Chor ist gerade zusammengetreten. Die Clowns-Arie wurde aufgeführt. Wer wird sich jetzt zerklauen, wer? Ja, kann ich auch. Der Elendige. Ach ja. Wenn's kein Scheuß daher. Gott, ey. Schwänzt Deutsch? Ich kann's nicht. Wenn man versucht, Leute zu belehren, wird's nix. Ich würde sagen... Deutsch bin ja nicht belehren. Sprechen Sie Deutsch. Unter Wald. Ich schwänzt doch Deutsch. Nein, Schwaben sind keine Menschen. Hey, ne Küste. Was suchst du in einem Schwabeländler? Nee, 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 nee. Ich hab mir die Kiste grad gelassen. Hab ich, ob sie die Kiste haben? Ja, ich hab vor Ahnung. Warte, wo bist du langgelaufen? Was ist da rum? Oh! Was ist das? Oh ja, da hab ich gesehen! Nemesis, 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 Nemesis. Der Riesentyp, Alter, folgt der Brocken. Das ist so gruselig. Ja, oh hey, da ist der, oh mein Gott, ist der bunt, der Survivor. Oh Gott. Au, ich hab die Zombies vergessen. Warum, ey? Ich hab die Zombies vergessen. Nein, Nadine. Der ist so gruselig, der Typ, gell? Warte, warte. Aber das sind zwei Zombies, oder? Nein. Junge, Junge, Junge. Ich dachte gerade, er weiß, wo ich bin. Warte. Warum können die ganzen Sables nicht spielen? Keine Ahnung, aber... Sagte der Kack-Noob. Aber Junge, Junge, Junge. Oh, der wurde auch vom... Der Zombie. Das war ja so peinlich. Der hat mich so off guard erwischt, einfach... Oh, hä, wo ist der? Ist der hier im Haus? Ihr habt so null aufgepasst. Richtig peinlich. Oh, da ist ein Zombie. Also ich bin oben auf dem Dach von dem Haus, ne? Von dem Hütchen. Oh mein Gott. Hat der mich gesehen? Ne, der hat die andere gesehen. Oh mein Gott, ich hatte gerade so... Ach, geh kacken. Fick dich. Nein. Ich hatte gerade so Glück. Wie hat der mich eigentlich gesehen? Ich war nicht am Zombie dran. Ich habe mich versteckt. Und wahrscheinlich steht es gleich in den Kommentaren. Du hast dich das und das gemacht. Wenn du nah genug dran bist, ich glaube, dann dreht er sich halt in deine Richtung. Ich weiß nicht, ob der Zombie dich dafür sehen. Ich war im Gebüsch. Ja, aber ich weiß nicht, ob der dich sehen muss oder ob der einfach weiß, wo du bist. Ich... Nein, der Zombie war nicht in meiner Nähe. Der hat sich nicht zu mir hingedreht. Gar nichts. Dann kann ich es dir nicht sagen. Ach, geh kacken. Du bist echt lang weggelaufen. Ich kann euch sehen. Hey, ich bin hier oben. Ich bin gleich durch mit dem Dach. Oh, was macht die? Ich weiß nicht. Die will Spaß. Oh nein, ich war zu zweit mit ihr. Ich dachte, die wäre auch so weit. Oh, wir haben erst einen, Jen. Ja, schön. Und ich bin jetzt gleich tot. Ich habe doch gar keinen Bock, ey. Was? War hier nicht vorhin irgendwo der Zombie? Oh, du hängst auf dem Hügel, Alter. Ist ja voll geil. Ja, ist richtig toll, gell? Die Deluxe. Oh, der kommt. Nein. Ich habe gerade den Jenny angefasst. Ach, der hat die andere. Okay. Na, guckst du überhaupt in deine Umgebung rum? Oder klugst du sie einfach doch gerade aus? Ich weiß nicht. Ich habe Scheuklappen. Ich habe so eine, ne? Ich bin so an der Kutsche vorbeigekommen mit zwei süßen Ponys und dachte, hey, das sieht echt stylisch aus. Sowas muss ich auch mal ausprobieren. Da habe ich mir die Dinger hingebracht. Cool. Die sind halt ein bisschen zu groß für meinen Kopf. Deshalb rutschen die mir immer über die Augen. War da wo ihn? Warte. Nein. Okay. Also den Jenny hier getreten. Yep. Die läuft extrem lang weg. Ja, kann ich nicht. Kann ich gar nicht. Aua. Das sah schmerzhaft aus. Das muss wehtun. Also ich bin jetzt mit der anderen an dem Jenny. Also ich bin jetzt hier, ja, ja. Er ist ja großartig. Ihr werdet mich dann überholen. Da ist irgendwo ein Zombie. Scheiße. Ich glaube, ich muss... Wen hat... Was hat er gerade geschlagen? Ach, kann der... Ein Zombie. Ich wollte gerade sagen, die stehen dann woanders wieder auf, ne? Keine Ahnung. Ekelhaft. Ich glaube schon. Oh, ist er bei dir? Oh mein Gott. Er läuft in meine Richtung. Ja, weil... Also... Ja. Nein! Ich bin so weit. Aber er... Oh, er kommt wirklich straight zu dir. Weil ich habe ihn gerade hören können, aber er ist weiter... ...gelaufen. Oh mein Gott. Er ist mir vorbeigelaufen. Er ist gerade, äh... Mein Jenn kommt, mein Jenn kommt. Oh, ich kann... Oh, er ist in line of sight. Uff. Er sucht mich. Der will mich unbedingt. Ja, weil er den Jenn gehört hat, oder? Das ist wahrscheinlich... Ja, ich bin weg vom Jenn, also. Soll ich zu dem Jen lieber laufen, oder? Er ist halt noch da hinten. Er ist diese Krankheit weg haben. Er ist schon wieder hier. Da ist die Kiste hervorgehen. Es kann halt sein, dass das irgendwas... Oh, warum ist er da hinten? Hä, ist er da da hinten? Ich habe aber hier Herzschlag. Hä? Weil er auch da hinten ist? Die wurde von dem Zombie niedergestreckt. Und ich bin jetzt ihm dahin gerannt, weil ich dachte, er wäre nicht mehr da, weißt du? Ah, echt? Er ist jetzt hinter mir auf dem... Ich bin jetzt wieder an dem Jenn, aber der wird ja bestimmt danach wieder hinkommen. Oh nein, das ist ja der Keller. Warte mal. Habe ich ihn jetzt aus Versehen abgehängt? Ich glaube, ich habe ihn aus Versehen abgehängt. Ich habe ihn... Ich habe... Ich bin nur runtergefallen, ne? Ich bin einfach nur dämlich runtergefallen. Und habe ihn dadurch abgehängt. Wäre da die liegen? Ah, die andere. Ich weiß nicht mehr, wohin ich wollte. Wo war der Jenn? Ich... Sollen wir die andere vielleicht auf... Die Dings läuft hin? Okay, vergiss es. Hier ist ein Jenn, aber wo warst du? Das ist nicht der Jenn. Ich weiß nicht mehr, wo... Durch das ganze Hin und Her drehen weiß ich nicht mehr, wo... Oder schon wieder... Hä? Die ist da. Warum ist die da gleich? Was macht die da? Was soll das? Hä? Die ist doch gar nicht da in der Nähe. Ach, vielleicht wegen dem Zombie. Ne, aber... Nein, nein. Die hat sich da dazwischen geworfen, irgendwie. Hä? Aber die wurde bei mir gerade... Ach so, du warst am Jenn. Ja. Oh Gott, bin ich dumm. Es ist ganz seltsam, aber es war trotzdem seltsam, weil die ist denen hinterhergerannt und hat... Oh, da ist der Zombie. Mein Jenn ist gleich fertig. Da ist der Zombie und der hängt sich immer ganz in der Nähe. Und dann bin ich schon mich und dann bin ich tot. Schon wieder. Warte, Entschuldigung, ich habe ein bisschen geblockt. Mäum, 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 mäum. Warte, ich kann ja noch komplett hängen, sie nicht mehr. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Ja, er nimmt mich. Oh, warte, hier ist der. Hier ist ja der Keller. Danke für den Geschwindigkeitsschub. Holst du sie, oder? Ich bin verfolgt. Ach so. Und die andere sie? Ey, Zombie. Ich habe einen Zombie erschlagen worden. Nein. Der läuft gerade hinter ihm so casual. Der läuft gerade so ganz entspannt durchs Bild. Hallo, mein Name ist Jeff. Hallo, Jeff. Mein Name ist Jeff. Hier ist noch einer. Warte, wurde die jetzt wieder gehittet von... Hier, oh mein Gott, die wurden beide vom Zombie verjagt. Da hat die. Aber aus der Richtung ist ein Zombie. Der hängt an der Kiste fest. Du läufst genau auf ihn zu, quasi. Ah, ich will... Aber der wird eh gerade verfolgt. Liegisch, der wollte ich. Ja, nö. Ich wollte mich nicht heilen. Der hängt an der Ecke von davon. Der hängt da fest. Der will zu mir glauben. Mir glaube ich, aber der hängt fest. Wie komme ich denn da hoch? Ach hier. Ah, da ist ein Jen. Ja, magst du mich gleich hier heilen? Ich bin gleich geheilt und ich kann noch hängen. Aber wo seid ihr, ist die Frage. Ich bin beim Haus. Oh, ich bin auch beim Haus. Ne, beim Ausgang, sorry. Ja, ne, das weiß ich nicht. Wo das ist. Ja, scheiß drauf. Oh, ich höre euch. Da ist ein Zombie. Ich sehe dich. Nein, ich schaffe es nicht. Der peitscht dich. Ist okay. Ja, aber ich kann aufstehen. Äh, äh, äh. Da ist ein Zombie. Ich kann aufstehen. Ich kann aufstehen. Lass sie liegen. Lass sie liegen. Ah, oh, hey, daneben. Lass sie liegen. Lass sie liegen. Lass sie liegen. Ja, lass sie liegen. Lass sie liegen. Nein, Hilfe. Ah, ah. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Schnell, noch mal nach vorne. Noch mal nach vorne. Ich bin fast aufgestanden. Nein, nein, nein. Ich dachte, ich kann ihn mit dem Ding hauen ablegen. Nein, 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 nein. Arschlecken. Oh, 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 oh. Okay, der. Nimm mich. Nein, nimm mich. Ich habe ihn verwirrt. Er hat mich auch gesehen gerade. Ich habe ihn auch verwirrt, glaube ich. Ja, der hat gerade dreimal die Richtung geändert und dann, aber er folgt dir, glaube ich, wieder. Nee. Nicht? Alter, hat das jetzt funktioniert? Oh, er folgt mir. Okay, er folgt mir. Er sieht mich sehen wieder. Wow. Das war ja gerade, äh, richtig skillhaft. Aber echt. Du brauchst endlich so ein scheiß Heilmittel, ey. Sonst bin ich gleich immer mal einen verletzten Stoff. Oh, Mann, ich habe einfach... Oh, der ist in der Nähe. Der ist hinter mir noch. Der sieht mich noch. Ähm, ich habe halt Lacktas, der irgendwie ein bisschen langsam ist, aber... Oh, hey, ich habe hier jemanden vom Genferjagd. Ist okay. Oh, Gott. Oh, jetzt liege ich, jetzt liege ich. Ah. Aber hey, er hat lang funktioniert. Wie geht's dir so? Aber echt? Also, ich bin jetzt wunderbar. Oh, wunderbar. Das finde ich großartig. Das freut mich sehr. Das ist persönlich... Danke. Ja, das war unglaublich, dass das so funktioniert hat. Ich bin voll stolz auf mich. Ich kriege die Katsche auf die Schulter. Danke, danke. Oder jetzt irgendwas sagen, von wegen hier den Klatschen. Ich kann schon lieber woanders hin, aber das ist ja... Der Einzige, der noch hängen kann... Ich sage das Klatschen, so ein Patscher. Ja, aber Patscher. Also, ist mir egal. Also, ne? Mit dem, was ich kriegen kann. Nur noch einer kann hängen. Rapzilla. Im Totem sitzt die da hinten. Der Typ ist aber auch schon hier, der Rapzilla. Ne? Aber hier ist auch ein Gen. Ja, den hat er auch angefangen. Ich wette, der kommt schon. Ja, der war angefangen, aber er war auch nicht weit, glaube ich. Vielleicht hat er irgendwas um... Hier, heil mich mal mit. Nein? Wo bist du? Ja. Aber ich hing... Nein! Der kommt. Der kommt. Der ist schon da. Der ist schon da. Oh, jeez. Oh, er nimmt mich nicht mich. Das ist ja nett. Ich bin am Haus. Ich heil mich selber. Magst du an den Jen dann oder wohin? Ja, ja, komm. Ich bin gleich gekommen. Warte. Läuft er da lang? Oh, das ist ein Zombie. Mist, Mist, Mist. Ich habe ihn getriggert. Warte, ich muss kurz weg. Oh, ja. Oh, ja, der kommt. Oh, Flicken. Auch weil der den hier durchjagt. Okay. Das hat er das erste Mal... Erst hat er das erste Mal gehittet. Wow. Voll krass. Oh. Hä, wie? Bitteschön, habe ich... Ah, okay, ja, jetzt weiß ich, warum ich geschrien habe. Ach so, Mist, ich huste. Ich bin ja krank. Aber es gibt nicht unendlich Gegenmittel, ne? Es ist, äh, fertig. Mit Gegenmittel. Das finde ich komplett schwarz. Warum kann sich jeder nur eins nehmen, weißt? Naja, weil halt. Oh mein Gott, Alter. Erst bei dem Jen da hinten, wo ich war. Ich versuch's. Äh, äh. Na, wie geht's hier so? Sieht entspannt aus. Der Outfit ist echt krass. Ich heil dich unterm Haken, na klar. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Immer die beste Idee. Weg, 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 weg. Also, ich meine, die andere Richtung. Hallo. Aua. Naja, wenigstens kommt der weg. Wir müssen doch nur einen Jen machen. Ist unglaublich, oder? Es leben noch alle, aber ein Jen ist nicht drin. Ist wohl einfach nicht drin. Ich heil mich jetzt hier auf dem Haus. Bin neben dem Haus, wo ich vorher schon im Jen war. Mhm. Oh, ich hab Heartbeat. Oh, ich hab vor allem. Ist zu nah. Ist das Ruf einer Krankenschwester? Viel zu nah. Viel zu nah. Er ist hier. Oh, hier sind Zombie drin. Oh, heil Zombie. Oh, hier ist der Keller. Aber ich bin hier... Oh, die heilen sich hier im Keller. Nein. Und dieser Zombie kommt rein. Zwei Zombies sind hier drin und die heilen sich da unten. Warum lässt du dich liegen? Ja, die mussten am Zombie vorbei. Einer musste den mitnehmen. Oh. Der wusste nicht, dass er der Keller ist. Jetzt hat er es wohl bemerkt. Warum? Er bringt mich nicht in den Keller. Hä? Wow, wie... Wie leid... Wie schön der gerade... Nein, ich war echt... Hör auf zu huschen. Hör auf zu huschen. Eher nicht so. Eher nicht so. Oh, den Jen getreten. Unglaublich, ja. Da kommt keiner raus. Ich sag's dir, obwohl man nur ein Jen noch fehlt. Ja. Krass, 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 krass. Intensiv, intensiv. Hör auf zu huschen, Alter. Ja, der hat den Rapzilla. Rapzilla ist ja direkt hinter ihm. Ja, ich geh jetzt auf die andere Seite. Hm, da gibt's nichts mehr viel zum Ausweichen. Sie ist an dem Jen. Und er rennt noch weg. Aber... Er. Warum sehe ich er? Sie. Weiß ich nicht. Ich... Oh Gott. Der liegt jetzt. Der liegt jetzt. Ähm, ne, sie ist weg vom Jen, wie offensichtlich. Aber auch nicht so krass weit. Der Junge liegt jetzt auf jeden Fall. Also, der ist tot. Und zack. Damit waren es nur noch zwei... Oha, hat er die schon? Die guckt den Zomb... Ja, die guckt den Zombie an. Oh, die hustet. Oh, die hat gehustet. Oh, die hat gehustet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, dann werde ich mal einfach hier warten. Auf die Luke auf der... Oha. Ja. Ich muss Totem machen. Ich muss Totem machen. Warum guckt die... Die beobachtet den Zombie, der da... Warum? Ja, okay, warte, dann guck ich bei dir nach Totems. Ähm, tja. Och, bei nem... Ja. Laufen sie. Drehen sie. Ecken und Nischen. Ganz am Rand sind die nicht. Also, eigentlich. Schwierig, schwierig. Der hat sie jetzt. Nur ein Totem. Ja. Ja, nur ein Totem. Erstmal finden können vor Lachen. Die liegt. Nix gibt's. Vielleicht da oben. Unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Die ist gleich fertig. Geh dich mal um ein bisschen. Ne. Für uns am Glück laufen wir... Da laufen wir einfach dran vorbei. Kommt der dir entgegen? Ja. Ja, jetzt kommt... Jetzt ist eh die Sache, wo ist der Bretterverschlag? Wahrscheinlich egal, wo du bist. Einfach laufen. Bisschen mehr mit dich, dass du's hören kannst. Mit dich. Wenn ich mit dich auch. Ja, aber der findet dich doch eh. Oh, da ist er schon. Der rennt auch nur stur über die Map, um die Luke zu finden. So aufregend. Ja, das war die Luke. Ah, weißt du, war's doch... Sonst geht in den Keller, ja. Links ist der Keller runter. Oh, okay. Achso. Ja, nimm dir ein paar Punkte noch mit fürs Aufziehen, meinst du? Ja. Du kannst dich eh nicht verstecken, solange du hustest, so. Das ist... Da ist er schon. Ja. Macht nix. Macht nix. Hi. Na? Hi. Bam. Der ist aber auch riesig, der Junge. Der ist ja doppelt so groß wie du. Ja, mach doch. Verschlag mich. Mach doch. Nein, ernsthaft? Der zieht dich weg. Ja, dann schließt dich dann wieder. Aber wenigstens lässt du... Also, ne, die Punkte nimmst du noch. Watsch. Die alte Diva. Als ob der mich rauslässt, komm. Nein. Ja, siehste. Hoch da. Aber wenigstens... Das waren trotzdem noch ein paar Punkte. Vielleicht 50 Punkte. Hä? Hä? Wirklich? Nein. Wie wir so beide... Nein. Ja. Ach, ja. Schade. Egal. Achso. So. Der Nemesis... Der wollte mir bestimmt Hoffnung machen. Ja. Nicht nach... Schnappi. Schnappi, 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 schnappi. Ob Ghost the Weasel, er hat schon... Kein Barbecue. Irgendwie wird Barbecue so selten verwendet mittlerweile, hä? Keine Ahnung. Ja, das war die Folge. Schreibe ich gerne auf den Kaninem. Abo, Like. Ihr wisst Bescheid. Allein schon aus dem Mitleid. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.